willkommen zu einem neuen tipp video auf meinem kanal danke dass ihr eingeschaltet habt heute tippen wir die spiele des 13 spiel tag fangen wir einfach mal an erstes spiel union gegen dortmund dortmund hat einen neuen trainer dessen namen ich wieder vergessen habe irgendwas mit t hat keine ahnung aber an sein nachname merke ich dass er aus diesen jugoslawischen ländern kommt oder aus der schlowakei keine ahnung ja mein tipp ja ich weiß nicht was ich zu dort und sagen soll und zur union ich bin eigentlich sehr sehr stark aber ich könnte mir nicht vorstellen dass dort und solange punkte liegen lässt es nicht ein 1 2 für dortmund schalke gegen bielefeld wie viele schon gehört haben ja ist ein schalke der baum gefallen die haben den umgehackt und jetzt ist der hübs stevens da wie lange ob wie lange da bleibt weiß ich jetzt nicht alle schalker das könnte interessant werden der tedesco ist frei ja gegen bielefeld ich tippe bis schalke gewinnt ich glaube ans wunder 1 0 schalke 04 ich sehe schon wie die 2 0 gegen bielefeld gewinnen aber ich halte mein wort 1 schalke für schalke glattbach gegen hoffenheim easy 2 0 sieg glattbach mainz gegen werder bremen beide vereine ja halte ich nichts ich denke sie werden im abstiegskampf beide landen wer schlechter ist wer besser ist weiß ich nicht deswegen 1 1 augsburg frankfurt augsburg da lobe ich immer noch dessen transfers frankfurt keine ahnung was für ideen die haben die hütter ist von vielen meinungen von vielen frankfurter fans ja ja form tief ja 1 1 leipzig gegen köln köln wird gefressen 5 1 leverkusen gegen bayern münchen leverkusen ist tabellen erster nach zwei spieltagen krass hätte ich jetzt nicht erwartet ich hätte eher gedacht dass sie sich noch nicht mal für die europa league qualifizieren ich hatte irgendwie das gefühl aber jetzt spielen sie gefühlt um die champions league meisterschaft mit ich kann mir aber nicht vorstellen dass leverkusen deutscher meister wird ich kann mir nicht vorstellen dass leverkusen gegen bayern münchen gewinnt obwohl sie gerne mal gegen bayern münchen gewinnen wir wissen alle dass bayern münchen am ende ja meister wird 1 2 bayern münchen bayern münchen siegt so freiburg gegen hertha bsc wird langweiliges spiel ist so ein spiel was ich mir persönlich selber nicht geben würde 0 1 hertha ich wollte gerade schalke sagen aber ja moin wolfsburg gegen stuttgart wolfsburg hat sehr sehr gut gegen bayern münchen meiner meinung gespielt ging sogar kurz in führung ja dann ja 1 1 2 1 lewandowski gegen wolfsburg da muss lewandowski treffen das ist gefühlt pflicht bei ihnen ich würde jetzt nicht den kopf in den boden stecken nur weil man gegen bayern münchen verloren hat vorher war man zwölf elf spiele ohne niederlage das ist schon gut und sie haben gegen stuttgart denke ich jetzt nicht dass wir so einen riesen sieg holen werden für in stuttgart macht seine sache gut als aufsteiger spielten der bundesliga sehr gut mit hat dortmund 5 1 hops genommen und fahre schüss ja deswegen glaube ich an 1 1 das war die komplette spieltag ich glaube es ist jetzt der 13 spieltag ich habe gerade nicht gemerkt ich glaube 13 so eure tipps gerne in den kommentaren darauf freue ich mich immer manche herzlich manche nicht aber ich werde die alle 100 prozent lesen dann danke dass ihr dabei seid schaut das nächste mal wieder vorbei bis zum nächsten mal und ciao